Grüßt euch und freut mich euch herzlich willkommen zu heißen zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire. In der letzten Folge haben wir unsere wundervolle neue Nina bekommen und unsere vorletzte Fusion. Es gibt nämlich noch eine. Ich habe etwas recherchiert, müsst ihr wissen. Und in dieser Folge machen wir es jetzt so. Oh. Wir schauen uns etwas hier in Windland. Windland um. Es gibt ja nämlich im Schloss noch etwas. Ich vertraue einfach mir selber, dass ich hier alles abgegrast habe, was richtig ist. Anschließend werden wir etwas über die Weltkarte fliegen und die vier wichtigen, die vier ersten, fünf ersten, die Angelgegenstände besorgen. Ich hoffe, die kann nicht so besorgen. Ähm, denn sonst wäre das scheiße. Ja, ja, ja. So. Die sagen, lustigerweise überhaupt nichts Neues. Versehen war. Aber da gibt es Kisten. Zum Plündern. Schau ich mich hier noch übernommen. Ich mag die blaue Nina so sehr. Aber der Fette kommt da nicht rein, oder? Doch, Wahnsinn. Eine Turban. Eine Flammenrapier. Heil. Leben 2. Boah, der Typ ist ein Brecher. Leben. Und Zerbrschwert. Zauberschwert. Ist alles scheiße. Alles scheiße. Aber... Das bringt mir wenigstens etwas Money. So. Gut. Und da wir jetzt ja Nina haben, können wir uns etwas auf der Weltkarte umsehen. Ach, ich mag die Nina. So einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel. Wee. Auch einer der wenigen... Beständigen Charaktere. Sagen wir es mal so. Da war ich letztes Mal schon drin. Gab ich zumindest? Ja, ja, da war ich schon letztes Mal drin. So. Das erste, was wir uns holen. Halt. Stopp. Nein. 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 Danke. So. Das erste, was wir uns holen, ist die letzte Fusion. Weil die kann ich jetzt dank unserer neuen Superfusionen, kann ich mir den holen. Und dazu müssen wir nach Bleeck. Also das sind die Sachen, die ich recherchiert habe. Mit dieser Fusion. Und jetzt können wir dann schauen, ob wir die Reste sowieso fünf Legenden aus Rüstungen bekommen. Um anschließend... ...die letzten Fusionen, also die letzten Zauber für den... ...für Korro zu holen. So. Und das gibt es hier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also die großen Kisten hier kann man nur mit dem Fetten da, also mit dem Big Guy verschieben. Was soll ich hier? Was soll ich hier? Wie kann ich denn da hinten erzählen? Mal schauen. Ah. Wow. Ja, für diese Kissen brauche ich den Großen. Nun bekomme ich die letzte Fusion. Die auch irrsinnig wichtig sein wird. Ja, boah. Die bin mir. Vielleicht kann ich euch auch sofort zeigen, was es bringt. Aber ich weiß nicht, wo das erste Teil ist. Geil. Yay! Ich bin gespannt, wen braucht der dazu? Und zwar Puka ist das. Aha. Ach ja! Das ist der kleine Drachling. Ich verstehe. Ich verstehe total. Okay. Jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht mehr so in Erinnerung habe. Weil ich den eigentlich nie eingesetzt habe. Immer nur den Big Guy. Aber da haben wir schon. Schaut mal her. Ah! Und damit bekommen wir diese Türen auf. Mensch. Mensch. Wegwimm. Äh. 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 Fisch. Es sind zwar lecker, dass ich so viele Fische habe. Aber die bringen mir nicht so viel. Das Dunkelarmband. Das Dunkelarmband. Das kann ich nicht tragen. Du auch nicht. Du auch nicht. Du kannst es tragen. Kann es nur Kram tragen. Komm schon. Super. Ja. Dann. Nimmst du. So. Und damit kann man jetzt lästige Ausrüstung sammeln. Mit dem kleinen Teller. Jetzt schauen wir mal. So. Jetzt mal das erste Teil. Was ich hier vermute. Vermute ich. Ich hab's ja nachgeschaut. Aber manchmal muss man einfach nachschauen. Wisst ihr? So, weep! Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dieser Route geht. Wenn nicht, dann fliegen wir einfach mal um die Karte und schauen. Ich glaube, ich brauche die Route 5 dafür. Einmal probiere ich es noch. Scheiße. Okay, passt. Da schaue ich dann später nach. Aber es gibt noch viel zu sehen. Und zwar haben wir jetzt die ganzen Tore zum Öffnen. Und die ganzen... Tore öffnen. Löcher graben. So. Was solltet dann? Wundervoll. Geht dran. Ein E-Trank. Ein Hand... Ein Hüberschuh. Ein A-Trank. Ein E-Trank. War relativ wertlos, aber... Mal schauen. Relativ wertlos. Hm. Da ist der Pukar. Den Kampf habe ich bestanden. Cool. So, eine ganze Folge lang nur rumfliegen. Haben wir auch schon mal. Da ist das Meer. Das ist unsere Heimatstadt. Meer. Schauen wir euch jetzt noch schnell um. Da war das, wo ich das Drachen-Schwert benötigte. Die Rassus bekommen, aber er ist relativ spät. Da ist Schande. Ich fliege eigentlich Kreuz und Kreuz auf die Gegend gerade. Fällt mir gerade auf. Aber das passt schon. Hat man einfach mal eine Folge lang. Nur... Ja. Nichts Besonderes. Aber ist auch was. Braucht man ja auch mal. Objekt benutzen. Agilität wird verbessert. Wer braucht Geschwindigkeit? Ich. So. Depp, 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 depp. Ein Windarmband. Ich möchte wetten, das kannst du nicht tragen. Niemand sonst. Ja. Zeige ich dir. So. Die Frage ist, was bist du? Das ist jetzt so eine Stiefel. Ich gebe einfach mal. Karne. Da wird schon was mit anfangen können. So. Nina. Trage mich weiter. War ich da schon drin? Vermutlich. Aber man kann ja nachschauen. Ja. So ist das doch. Ich war da schon mal drin. cool. Eine recht schöne Landschaft. Da ist der letzte Drachenschrein. Da ist wieder ein Brunner zu fischen. Da geht's dann zum Ende. Also da ist die Stätte des Endkampfes. Das ist wieder ein Brunnen. So war wir am Anfang waren. Da haben wir eh schon gerade überall nachgeschaut. Das dauert nicht so lange her. War ich hier doch? Ich glaube, hier war ich doch schon drin heute. Ich glaube, da geht's jetzt nach unten. Da war die Feenweide. So. Aha. Ich fäng einfach immer jeden Rand ab. Vielleicht findet man ja was. Außergrosse Insel. Wüster. Die von Brunnen. Okay. So groß ist die Welt übrigens gar nicht, meine. Die von Brunnen. Also ist relativ klein. Überall sind. Die Wüster. Die Wüstenstadt. Meinem Drum und Dran. Toll. Was sagt denn meine Karte? Okay, passt. Ich denke, es gäbe noch ein paar Türen zum öffnen. Palmen. Palmen. Maloca. Ich weiß, wo ich gleich nachschauen werde, wo es noch was gibt. Jetzt müssen wir jetzt mal nachschauen können, wo wir nachschauen können, da war ich heute schon. Und ich hoffe, ich verfehle es jetzt nicht. Da bin ich gestrandet damals, als wir schiffsbrüchig waren. Ich versuche die Insel, wo wir durch die Steine nicht mehr weitergekommen sind. Wie groß ist denn dieses? Da ist das ganze Meer. Jetzt gilt es jetzt wissen, weil es im ersten Bereich des Meeres. Exakt hier was. Ja, da war etwas. Und zwar mit der alten Frau hier. Gut, dass ich sie jetzt gefunden habe, weil die ist relativ wichtig zum Schluss. Creme, mal kriege ich mir, wo die Insel ist. Die ist schon hier. Und ihm. Aber noch nicht. Das kann ich noch nicht machen. Da muss ich später. So. Ich habe eine Idee. Kannst du ihr die Liste aus meiner Sammlung bringen? Das würde sie sich erfreuen. Okay. Das geht also doch schon. Lässig. Okay. Okay. Was für lange die von mir? Ja ok, die Liste habe ich, das ist wichtig, so jetzt muss ich, wenigstens einen Vorteil hat, die liegen genau nördlich und südlich, das heisst man fliegt nur in zwei Richtungen. So eine kleine Quest, wo ich dann ein sehr, 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 sehr wertvolles Item bekomme. Ich bin kein D-D-Berater. Bekommen, toll. Ich habe keine Ahnung, was denn das ist. Was denn das? Wenn das wirklich was denn das heißt. Ne, ist der Name furchtbar gewählt. Das schon, dass das jetzt schon geht, dachte das ging erst später. Aber gut. Okay, wann später? Ich bin ja fast am Ende. Was denn das? Es ist einzigartig, aber wohl keine Waffe. Das muss ich näher stellen. Ah, Brief, Brief. Ach Gott. Gut. Die waren sich nie im Leben kennenlernen. Nie im Leben waren sie die sehen. Der lebt hier nahe der Wüste und gilt mit auf eine einzelne Linie, wo normale Menschen eigentlich nicht runterkommen. Ich habe nicht, wie die da rauf gekommen ist. Naja. Keine Waffe. Werkzeug. Das Volk der Wühler. Exakt. Nur wenn es keine Waffe sind, muss ich es nicht aufrufen. Tu meinen Gefallen und bringe dies zum alten Mann. Der Brief oder den Kräuter geben. Schnarch, gib mir das Teil. Das ist wertvoll. Das brauche ich später. Du hast schon sehen, warum. Schon zurück. Ich fand heraus, dass es sich um ein Volk zu nagt. Die E-Klauer. Sehr wichtig. Die E-Klauer. Sie will sie nicht. Dann nimm du sie. Juhuui. Hahaha. Geil. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was das ist und der Alte auch nicht. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der es wissen könnte. Lass erinnern mich nämlich auch noch. Ich bin so weiser. Das mache ich jetzt noch schnell. Ich rede mit dem Alte, ne? Der wird wissen, was zu tun ist. Oh. Scheiße. Wo ist denn da? Das mache ich jetzt noch schnell ein Licht haben. Das mache ich jetzt noch schnell ein Licht haben. Da. 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 Da ist keine Sau. Da ist doch der eine Alte drin. Da ist nicht mal jemanden, der hat einen alten vorseher. Der ist alles so. Das musst du. So ist es. Dann habe ich alle geredet. Wo ist der Alte? Da. Da bin ich jetzt voll beschränkt. Das ist doch weiter irgendwo. Egal. Mach mir das ja im nächsten Fall. Ich weiß, worauf es ankommt. Da. Da.